Yo, schönen Abend, wir haben bei mir jetzt 21.45 Uhr und ich bin total am Arsch, ich habe gar keine Lust mehr auf irgendwas, ich bin momentan mitten in einem Umzug und deswegen hier nur eine kleine Info am Rande. Die Rückrunden vom Finale werden morgen Abend nicht online kommen. Die beiden haben eine Fristverlängerung bekommen und ich habe auch ab der Zeit null Zeit irgendwie was pünktlich hochzuladen und da die das dann auch erst morgen Mittag bzw. morgen spätabend erst einreichen werden, müsste ich das auf die mega schnelle hochladen, was ich zeitlich überhaupt nicht schaffen werde. Ich denke mal, dass die Rückrunden entweder Samstagabend, Sonntag oder im Laufe der Woche kommen. Ich werde dann aber nochmal auf Facebook posten, wann die genau kommen und ja. Die Analyse zum dritten Bonus Battle werde ich demnächst irgendwann schriftlich einfach hier unter das Battle posten, ich habe aktuell echt null Zeit. Ich stehe morgens auf, gearbeitet, komme um 5 Uhr noch nicht mal nach Hause, sondern mir direkt in der Wohnung und jetzt noch irgendwie eine Analyse zu machen, gar keine Bock drauf, sorry. Mir fehlt die Zeit, die anderen sind auch privat verhindert, aber ich will ja nicht, dass ihr jetzt ohne eine Bewertung da rausgeht, im Gegenteil. Ich will auch nicht, dass ihr jetzt einfach nur sagt, ja okay, der hat gewonnen oder der hat gewonnen, sondern ihr sollt schon bewertet werden. Deswegen, nimmts finde ich übel, aber ich werde mir ein bisschen Zeit lassen mit der Bewertung. Zum Ausgleich, weil morgen die Rückrunden nicht kommen, wird es trotzdem im Laufe des Wochenendes ein Interview von den beiden geben. Soviel kann ich ja mal sagen. Ansonsten, ja, nimmts finde ich übel. Jeder hat mal eine schwierige Zeit und ein privates Leben, das nur mal Vorrang hat. Aber ihr werdet nicht vernachlässigt, die Sachen kommen ja, es dauert noch ein bisschen länger und ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum Ausgleich, bis zum Ausgleich, bis zum Ausgleich.